Hallihallo. Tradag. Traden ist kein Zocken. Traden ist nicht wie im Facebook angeboten, 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, dass man das lernt. Traden ist eine Entwicklung. Und genau da bist du bei der Tradag richtig. Weil es durch mehrere Level durchgezogen wird und nicht hintereinander kurzfristig, sondern es ist eine lange Periode dazwischen. Das ist das Wichtigste. Zuerst mein Stoff. Und dann Mentor Monitoring. Hier haben wir zwei Leute. Das eine ist der Tobi, der andere ist der Birger Schäfermeier. Der unterstützt das gesamte Werde. Den Werdegang in das Trading hinein. Und hier auf Level 4, schaut euch das mal an. Wir haben es geschafft. Im vierten Level hast du dann die Möglichkeit wirklich performant auf Dauer zu traden. So dass man vielleicht auch eine Existenz, ganz sicher sogar eine Existenz damit aufbauen kann. Und nicht nur das Lernen der fachlichen Inhalte ist wichtig, sondern dass man sich geistig darauf einlässt, die Entwicklung auch annimmt, die nicht nur, wie gesagt, fachlich, sondern auch mit jedem Menschen persönlich einhergeht. Und genau das ist das Wichtigste. Und dann hat man die Chance zum Trader zu werden. Ich bin dankbar für diese zwei Herrschaften, die es geschafft haben, ein Konzept zusammenzustellen, das über, bei mir war es zwei Jahre. Vielleicht ist ein anderer schneller mit einem Jahr. Aber dann in einen Bereich zu kommen, wo man sich sicher ist, das Traden erfolgreich durchzuführen. Es gibt kein Traden ohne Verluste. Das gehört dazu. Und genau das ist das Schwierige, das man dann zu lernen hat. Und wenn das einmal durch ist, könnt es euch sicher sein, die zwei Mentoren begleiten euch bis zum vollständigen, selbstständigen Trader. Ich wünsche euch alles Gute und kommt einmal hierher. Nicht nur die Location ist wunderbar, sondern auch das Essen. Lasst es euch schmecken. Habitere!